Hallo, ich bin Nadine Lutz, komme aus Schlath, vom Obstbau Klemen. Wir sind ein Familienbetrieb. Wir haben Obst nach Saison, ergänzen unser Sortiment zusätzlich mit Eiern aus Bünzbangen und laufenden Kartoffeln. Des Weiteren gibt es Destillate aus dem eigenen Obst und einfach mal vorbeikommen. Wir haben einen 24-Stunden-Automat, kann man jederzeit, auch nachts, jederzeit vorbeikommen und was abholen. Untertitelung des ZDF, 2020